hurra sabine seibold ist wieder da hier bei mir heute mit energetischer kleidung wie ich sehe sehr hübsch ja ich möchte mit dir weiter über unsere letzten themen sprechen und du hattest ein thema angesprochen was mich sehr interessiert und wo ich gerne tiefer mit dir einsteigen würde und zwar über aufgeheizte spermen das klingt ja schon mal sehr interessant und ich frage mich was verstehst du genau darunter und ja könnte es sein das spermen energetisch besetzt sein können da würde ich gerne mit dir einsteigen also thema aufgeheizte spermen was bedeutet das für dich also für mich bedeutet es tatsächlich zum einen wirklich vom körperlichen her dieses aufgeheizte weil viele menschen überhaupt gar nicht wissen dass zum beispiel durch die wir müssen jetzt wieder ein bisschen aufhören durch die ersten spritzen die man bereits als baby bekommt eine überhitzung im körper stattfindet vor allem weil ja leber und diese überhitzung dafür sorgen dass halt einfach diese körperliche phänomene mit der zeit entstehen woran dann farma industrie ein interesse hat die dann sozusagen steigt und den kindern einfach nicht gezeigt wird wie zum beispiel diese hitze die dadurch im körper entsteht und vor allem in der leber wie das ausgeleitet werden kann was man da machen kann und so ähnliche geschichten verstehe ich auch darunter dass ich auch spermien aufheizen können das war sie das war sie einfach diese überhitzung die dann sowieso schon im körper ist dadurch weitergegeben wird sprich schon das potenzial gelegt wird für neue patienten die ja dann sowieso auch wieder geschwitzt werden also das ist so ein rattenschwanz der da ist aber weil einfach das natürlich reingespeichert ist in den spüren wollen dann was verstehe ich noch darunter im zuge der letzten drei jahren wurde natürlich auch bezüglich der springen qualität einiges geändert und wenn man sich da mal überlegt was in darin gespeichert ist in der sogenannten genete genetischer fingerabdrücke wenn man da einfach mal so schaut was ist da sowieso von haus aus drin dann was ist mit eingebracht worden aufgrund der geschichten der letzten jahre und wenn man dann noch dazu sozusagen vorne schaut oder so was wird dann noch zusätzlich mit reingeheizt das ist eine hitze die dabei auch entsteht jetzt nicht nur körperlich sondern halt auch dann im übertragenen sinne dass das verstehe ich alles und da auch geheizten spermen dass diese ganzen team damit reingehen und dann hat man noch den eigenen ahn holen der auch noch mit spielen was du ja beim letzten mal mit angesprochen hat und wenn diese diese überhitzten spermen sozusagen einfach so ungefühlen weitergegeben werden und dann auch ein milieu in der frau stoßen die dann auch angeheizt sind dann ist das ganze das ganze in einem akt wo dann ein kick gezeugt wird wenn das passiert was einfach mal nicht natürlich ist was überhaupt nicht dem natürlichen upfeld entspricht das meine ich dann was ich noch damit meine ist zum beispiel einfach das satanische was damit drin ist das satanische prinzip was man auch in den letzten jahren einfach gesehen hat was immer mehr zutage tritt das ist mit da drin dann ist da drin die eigene traumata die man noch nicht bearbeitet hat die weitergegeben werden also da ist alles drin alles komplett wenn ich jetzt mal als gegenbeispiel sagen sollte was nicht aufgeheizte spermen sind ist zum beispiel wenn man ganz natürlich und aufgeräumt in dem prozess bezeugung eines kindes wenn man von anfang an sagt wir sind uns bewusst wir möchten gerne aus zwei nach drei machen dass man dann einfach schon mal weiß wie auch freundlich in meinen eigenen themen wie viele traumata sind vielleicht noch am start aber was gibt es was ich jetzt noch aufräumen möchte dann wie bin ich körperlich fit wie geht es meiner eigenen fitness wie geht es meiner eigenen gesundheit wie stark bin ich wie stehe ich in meinem leben wie sehr bin ich in meiner mitte ja das ist wirklich so aufgeräumt wie möglich da rein gehen und dann in dieser vorbereitung schon sagen und jetzt haben wir jetzt wissen wir genau dass wir unser körper gesund ernähren sowohl was nahrung angeht also lebensmittel als auch was gedanken angeht das saubere gedanken hereinkommen das liebevolle gedanken nein kommen einfach all das dass man wirklich dann richtig schön aufgeräumt am start ist und jetzt möchten wir gerne die liebe hier füreinander haben dass diese liebe jetzt in diesem in diesem akt kröner finden kann dass wir das hier jetzt mit dem tempel mit dem körper tempel der frau sozusagen dem neuen leben den tempel aufbieten den man vorüber geht zu nutzen damit die seele dort nicht verlieren kann und alles unvorbelastet zumindest ist soweit wie möglich und dann auch dass man und 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 frau in der zeit oder mann und weib dann in der zeit wenn dann die empfände schon stattgefunden hat weiterhin so liebevoll miteinander sind es gibt auch manche die vielleicht angst haben wenn die frau schon schwanger ist überhaupt noch sex zu haben wo ich aber einfach denke ja es kann auch sein dass da traumata ausgelöst werden dann schon mit dem kind wenn man zum beispiel pornografisch an die geschichte rangeht wenn man aber so so bewusst und so achtsam miteinander umgeht dann kann man ja dem unbewohrenen kind schon mitgeben wie der liebevolle sexualität funktioniert auch wenn da schon ein leben heran wird wirklich so ganz 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 was zu machen und dass das kind auch schon damit bekommen hey wow was ist das für ein acht was fließt dort das ist auch schon mal was ganz was anderes als wenn zum beispiel der vater während frau und mutter schwanger ist sich da gleich vornos anzieht das wird alles dann mitgegeben und auch da dann zu sagen meine wir sind ganz liebevoll komplett bewusst dabei und dann auch so muss dieses kind auf die welt in einem liebevollen umfeld nichts mit spital sondern ganz liebevoll wie hast du schon im ersten teil gesagt hebam ist das erste gewerbe dann mit hebam zu schauen zu schauen zu hause das wochenbett zu haben dass das kind noch so lange wie möglich auch im bauch der mama bleiben darf von alleine dann abfällt damit auch da die richtige nahrung wirklich übertransportiert wird die das kind braucht nicht stärken das zähle ich alles damit rein was bei diesen anderen aufgeheizten sperren kann einfach gehen fantastisch fantastisch deine ausführung ja und ich schlichte dir zu 100 prozent bei du hast quasi von zwei explosionen gesprochen einmal wenn hitze auf hitze trifft und es ja sich in einer explosion ergießt die nichts gutes hervor bringt und einmal von der explosion der wahren liebe die nur das beste zum vorschein bringt fantastisch ich bin begeistert ein thema möchte ich da aber noch ansprechen in bezug auf reinigung was man jetzt auch schon tun kann ohne einen partner und zwar rede ich jetzt hier von der bewussten als käse und wir hatten im vorgespräch schon darüber gesprochen dass es einmal diese pseudo als käse gibt und einmal die richtige wahre als käse und ja wo machst du da den unterschied also ich finde den unterschied darf man da machen wo ein zu viel new age drin ist das wenn man auch da bedenkt dass da bereits das vorbereitet worden ist mit der KI sozusagen die uns da vermittelt worden ist und wenn da dann immer die rede davon ist von besonders heiligen menschen die auf gar keinen Fall sex haben weil das ja ganz böse 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 ist dass man das gräse legen muss finde ich das völlig übertrieben weil es gehört zu unserer natur dazu und dann würde ich mich ja beschneiden und was daraus passiert das hat man leider Gottes mitbekommen bezüglich der Kirche für diejenigen die insolibat gewidt haben was ist denn da tatsächlich passiert ne also von daher glaube ich dass diese Aschese mal die ganz falsche ist weil ich unbedingt das beste Menschen hervorbringe und die die andere Aschese einfach ja wenn wenn man selber vielleicht auch einfach mal merkt ähm muss ich denn ständig Sex haben weil manche meinen ja auch dass es gar nicht aushalten wenn sie dann mal ohne Beziehung sind dass sie wie soll das denn gehen und um Gottes Willen dann habe ich ja niemanden den ich mich körperlich austauschen kann und dann kann ich ja gar keine Ideen erfahren und sonst wie anstatt da so ranzugehen vielleicht einfach mal die Zeit zu nutzen und zu sagen okay ich probiere das sonst auch einfach mal wie ist das denn wenn ich jetzt wenn ich jetzt einfach mal eine bestimmte Zeit lang gar keinen Sex habe ist das vielleicht sogar irgendwie eine Art Suchtfaktor gewesen kann ich das mal probieren und rausfinden auch gar vielleicht so der Art ähm wie ist das noch mal wenn man aus der Sucht rausgeht Abstinenz nein nicht Abstinenz ähm die Erscheinungen wie man dann erstmal Entzugserscheinungen ach so ja stimmt auch mal da so durchzugehen ne durch diese Erzugserscheinungen zu gucken kann das vielleicht sein wenn das schon mal als Suchtfaktor irgendwie entstanden ist tut mir das überhaupt gut ähm dann sich gleichzeitig auch damit mit dem Faktor auseinanderzusetzen wie gut kann ich mit mir alleine überhaupt sein ne dass da eine Aschese vielleicht auch gut sein kann für und wirklich den Körper kennenzulernen dass das selbst wenn sich dann was regt wie ähm boah jetzt hätte ich eigentlich voll Bock auf Sex sich dann mal zu fragen wo kommt denn das gerade her wenn man vielleicht zum Beispiel gerade durch die Fußgängerzone gegangen ist und urplötzlich ist dieser Gedanke dann da ne könnte es nicht vielleicht sein dass die Empathie in einem so gestiegen ist dass man Gedanken von anderen aufhängt mhm ja 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 das passiert öfters dass man einfach die Gedanken der anderen wahrnimmt und vermutet es in seiner eigenen mhm 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 und das kann auch schon passieren ne manchmal manchmal man möchte und eigentlich fängt man nur auf dass der Partner gerne möchte ja 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 gut wenn man alleine ist fällt es wahrscheinlich auch eher auf ich habe in puncto Pornografie auch nochmal darüber nachgedacht wenn man sich jetzt so ein Porno anguckt sind da vielleicht auch versteckte Subliminals drin Subli was? Subliminals mhm ok klär uns mal klär uns mal Moment also ähm es wird ja in puncto Neobeats zum Beispiel werden Subliminals in einer gewissen Herzfrequenz mit unterschwellig in diese Musik in die Musik die man hört eingearbeitet früher wurde das bei Kinos gemacht das ist ja inzwischen verboten worden dass du da auf einmal du hast auf einmal Lust gehabt wirklich jetzt ich brauche jetzt ne Cola und ich brauche jetzt das Popcorn und dann bist du in der Pause eben losgerannt und hast dir dann ja so ein Kilo Popcorn und drei Liter Cola gekauft obwohl du das Zeug eigentlich gar nicht magst aber das waren eben halt mit Bilder gesteuert die so ganz kurz dir dein Gehirn wahrnimmt aber du selber nicht bewusst wahrgenommen hast und das gibt es eben halt auch in Form von Musik oder Tönen die du wahrnehmen kannst und so kann man dich auch ja in eine bestimmte Richtung manipulieren allerdings aber auch heilen ja also Falko und ich die bieten hier gerade Frequenzen an Neobeats also die Musik ist von einem Komponisten den ich persönlich kenne selber gemacht der die Musik auch entsprechend auf diese Frequenz überträgt Falko arbeitet mit den Interessierten die Frequenzen aus und was benötigt wird und ich spreche die auf man hört mich nicht aber unterschwellig ist wirklich das drauf was der Mensch wirklich will also persönlich ausgearbeitet hat und damit auch möchte und kann sich damit dann eben halt auch selber ja programmieren Affimieren Affimieren ist eher das richtige Wort dafür und so arbeitet ja aber auch die Werbeindustrie so arbeiten so manche Spirituelle die sich auf YouTube so tummeln ja die arbeiten auch mit Frequenzen und dann eben halt ja Pornos wer weiß denn das wer weiß denn was da unterschwellig mit gesendet wird ja oh Gott das ist ein ganz weites Feld es ist wenn man mir fällt sofort ein allein die Disney T-Shirts mhm mhm Disney Filme da wird mir gleich wird mir gleich schlecht ja ja bin ich bei dir obwohl man das als Kind ja auch gerne geguckt hat ja also ich fand das ich fand die Filme ja toll ja erst wenn man weiß dass da eigentlich auch im Prinzip steht überall nur Sex 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 ja warum denn und da wären wir ja schon wieder bei unserem Thema mhm ja also weißt du im Grunde genommen kann man fast gar nicht aufhören darüber zu sprechen weil wenn man sich ja auch überlegt seit den letzten paar Jahren was da gemacht worden ist mit der Kuhsexualisierung bei den Kindern was auch zu der Agenda ja dazu gehört oder wenn man sich jetzt überlegt ähm ganz heiliges Thema aber im Tal Wurzel steht zum Beispiel drin dass ein Mädchen schlecht zweifelt ab dem dritten Lebensjahr und den ersten Tag mhm mhm und da dann einfach auch so guckt wo es mit den Red Queen Shows und so alles hin geht in den nächsten Jahren muss das sein dass die ihre sexuellen Shows dort in Kinderkrippen abziehen ne und all das sind ja diese Informationen worüber du gerade sprichst was da dann schon mit drin ist was da komplett mit drin ist Sabine wo ist der Aufschrei wo sind die Mütter und Väter die Verantwortung tragen wo ist die Welt wirklich schon so abgestrumpft ist das so also vielleicht vielleicht bleiben wir auch da wieder bei dem was Knopfloch gesagt hat mit der psychologischen Kriegsführung dass die bereits quasi begonnen hatte und dass jetzt die Ausflüge davon sind dass diese Eltern die schon so normal mit Vornos und so aufgewachsen sind das einfach nicht mehr sehen nicht mehr wahrhaben können ich hoffe wir können einen Beitrag dazu leisten Menschen zum Nachdenken anzuregen indem wir jetzt darüber sprechen und das in den Äther hinaus jagen und die Menschen hoffentlich positiv damit beeinflussen können damit sich Gedanken darüber gemacht wird was geht eigentlich und wo möchte ich hin und was möchte ich für meine Familie ja also es ist mir ein großes Anliegen ja ganz großes Dito ja und um auf den Punkt der Pseudo-Auskäse nochmal zurück zu kommen man hat es ja auch gerade gesehen was der Dalai Lama da so macht ja oder was sowieso diese Yogis was die da machen auch in dem Punkt mit Askese wo alle Körperöffnungen verschlossen werden ja um da an den größtmöglichen Punkt zu kommen der Askese und der Transformation der inneren Stärke um eine größere Bewusstwerdung zu erreichen um mit Gott verbunden zu sein oder mit dem göttlichen Bewusstsein so und da hört das dann irgendwo alles mal so aus was sind wir denn wir sind doch so wie wir hier sind geschaffen worden da muss ich mir ja nicht alle Körperöffnungen verschließen und da brauche ich nicht irgendwelche abartigen sexuellen Praktiken Gott würde das nicht verlangen weißt du der Gott der KI der erschaffen worden ist der ja oder die Schöpfung oder sowas nicht verlangen ja und die KI braucht die Energie und mehr kann man ja gar nicht abschöpfen überleg mal wie viele Milliarden Menschen sind wir gerade angeblich um die Acht wenn das ja ja rechte das bereit ich meine ich wüsste gar nicht welchen Faktor ich nehmen sollte ja es muss halt wirklich immer wieder und wieder wenn Jupiter ist einfach die große Ernte die wir hier geerntet haben und ich habe irgendwann den Punkt gehabt wo ich gesagt habe ich stelle mich dem nicht mehr zur Verfügung nein genau so und da sollten so viele Menschen wie möglich drauf gewiesen werden damit sie da nicht mehr mitmachen ja und in die Selbstermächtigung kommen ja definitiv und da schließe ich dann der Kreis wieder zu der selbst ausgewählten Asthese sozusagen vielleicht auch manchmal zu sagen gut dann verzichte ich halt noch eine Zeit lang eventuell auf sexuelle Erfahrung sondern vielleicht einfach mal mit mir ins Reine kommen und auch mal zu gucken diese diese Energien um die es da ja wirklich geht diese Explosion die da stattfinden kann wo es wirklich voller Liebe gemacht wird wo finde ich das vielleicht in der Natur hört sich jetzt eventuell geklappt an aber als ich auch angefangen habe ich weiß nicht wie lange das schon her ist keinen Fernseher mehr zu haben dass ich dann mal angefangen habe zu gucken was möchte ich wirklich sehen was interessiert mich wirklich dann solche Explosionen in dem Sinne zu erleben mit boah ist das schön dieses Buch da jetzt durchzulesen und durchzuarbeiten und boah was für Gedanken entstehen da plötzlich und jetzt habe ich richtig Lust die Pinsel in die Hand zu nehmen und Bild zu malen was da dann wieder entsteht oder in den Wald zu gehen und mitzubekommen was für eine Energie da ist diese Kraft das ist dann hört sich vielleicht verrückt an aber wenn ich in dem Moment auch gar nicht damit abgelenkt bin muss ich jetzt irgendwie besonders hübsch angezogen sein wenn ich durch den Wald gehe weil mir könnte ja jetzt der Traummann begegnen oder oh Gott und wenn ich so nach Hause komme was denkt dann mein Partner und geht das überhaupt wenn ich verschwitzt bin oder bin ich jetzt rasiert oder weißt du all diese Sachen die das geführt hat wenn ich einfach nur bin einfach nur bin und so da rausgehe in die Natur und so einen Tag verbringen mit der Natur mit den ganzen Wesenheiten die da sind mit dem was da alles was einfach ist das mache dann kann ich eine ganz andere Form von sexueller Energie erleben die sowohl ich freisetze als auch bekomme und das kann eine Explosion sein das erschafft dann eine ganz andere Form von Leben wieder so verrückt sich das auch an aber solche Rollen eröffnet man zum Beispiel wenn man einfach mal sagt und jetzt lebe ich mal in einer bewussten Aschise nicht mehr ich verbiete mir jetzt was sondern ich gucke mal was ich was ich jetzt stattdessen erschaffe ja genau das ist der Gedankengang den man dabei nehmen muss oder sollte müssen muss man gar nichts und ich wünsche ja jeden unserer Zuschauer dass er in den Wald geht und vorher in absolute Aschise geliebt hat und dort seinen Traummann kennenlernt das wünsche ich mir Hallo Waldstadt Das wäre eigentlich so das Schönste was wir hier mit erreichen konnten mit diesem Interview Herzlichen Dank Sabine Ich danke dir für die schönen Ideen Wir hören uns wieder Stimmt Bis zum nächsten Mal Ciao Und ich möchte nicht unerwähnt lassen dass man dich bei der Form der Reinigung dieser Energien auch buchen kann man kann dich erreichen über deinen Kanal und wo noch? Wo noch? da bin ich noch im Aufbau Ansonsten einfach mal gucken bei der Seite die ist auch noch im Aufbau seiso.jetzt einfach seiso.jetzt und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse post at seiso.jetzt oder Sachen mehr als seiso.jetzt da kann man mal treffen ja bei der Seite die die iona die über die die die